Neue Aufnahmen von Herzogin Megan, doch eigentlich sind die Szenen schon fast zwei Wochen alt. Das Internet ist momentan voll von neuen Aufnahmen von Herzogin Megan, 42. Schaut man sich die Szenen allerdings genauer an, fällt auf, die Fotos sind bereits fast zwei Wochen alt. Doch warum werden die Bilder, auf denen die Herzogin von Sussex ein Kinderkrankenhaus besucht, erst jetzt veröffentlicht? Tatsächlich könnte dieser Schachzug mit Prinzessin Kate, 42, zusammenhängen. Am 22. März machte die Prinzessin von Wales ihre Krebserkrankung öffentlich, nur einen Tag vorher zeigte sich ihre Schwägerin mit tapferen Kindern in einer Klinik. Meghans Look erinnert an Skandal-Doku. Auf den Fotos, die Megan in einem Kinderkrankenhaus in Los Angeles zeigen, trägt die Herzogin ein Kleid, das eingefleischten Royal Fans bekannt vorkommen durfte. Und tatsächlich, die Frau von Prinz Harry, 39, trug den Look schon einmal. Und zwar in der Skandal-Doku der Sars-Exes, die Netflix im Jahr 2022 veröffentlichte. In Harry & Meghan wirft das 2020 freiwillig zurückgetretene Paar unter anderem Königin Camilla, 76, deals mit den Medien vor. Auch Harrys Bruder Prinz William, 41, sowie König Charles III, 75, sehen sich mit schwerwiegenden Beschuldigungen konfrontiert. Die Doku, und Harrys Memwarenspare, sollen der Grund sein, warum die Royal Family endgültig das Vertrauen in die Sars-Exes verloren hat.